So, noch einer. Ich dachte mir, dass er hier von, wo ich nicht hinschauen kann, hochkommt oder rauskommt. Jetzt stirbt doch. Dankeschön. Gut, haben wir die leergeballert, können wir auf die Bazooka wechseln. Und ich kann mich jetzt hoffentlich in Ruhe hier umsehen, ohne dass mich jemand belästigt. Oder? Nee, doch noch nicht. Ich höre es doch immer noch. Wo ist er denn? So. Der stirbt in einer grandiosen Explosion. Es ist ein Traum. So, darf ich denn jetzt? Ist denn jetzt Ruhe? Ich hoffe. Halt, ist er im Batteriepack? Das nehmen wir mit. Gut, und dann schauen wir mal, was wir hier hinten noch in dem Raum haben. Ich glaube, das... Oh, ist doch noch nicht der Raum, wie es aussieht. Habt ihr mal... Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, im Raum mit einer vernünftigen Perspektive. Oh, das hat aber gut gewirkt. Das hätte ich jetzt gar nicht unbedingt gedacht. Mit einem Schuss. Verrückt. Wie sie alle spielen kommen wollen. Okay, die Bazooka ist gegen die verdammt effektiv, habe ich das Gefühl. Das gefällt mir. Gut, das ist doch nicht der Raum, der ich dachte, dass er es wäre. Der Selbstverstörungsmechanismus des Labors. Er ist gewaltig. Okay. Gibt es den im normalen Spiel auch? Der Hauptaufzug hat keine Stromzufuhr. Starten? Noch nicht. Wir machen erstmal die andere Sache. Wir gehen erstmal zur Zelle und schauen dort rein, wer dort eigentlich drin versteckt ist. Ach, Mensch, es geht echt aufs selbe zu. Ist ja Wahnsinn. Schneller als ich dachte. Wobei, ne, eigentlich habe ich schon damit gerechnet, dass es nicht mehr so viel ist, was jetzt kommt. Ich hoffe, jetzt haben wir eigentlich erstmal Ruhe vor diesen Insektenpichern. Insekten, Spinnen, ich weiß nicht, was ich darstellen will. Sie wirken sehr Insektoid auf mich. Gut, hier lang. Und ich gehe mich mal ganz kurz heilen, glaube ich auch. Kann nicht schaden. So, dann müssen wir hier mal kurz, halt, hier lang. Und Ich weiß nicht. Nehme ich jetzt auch was zum Heilen mit? Ich meine, ich habe jetzt wieder Platz, die das Kett ist raus, ne? Ja, ich nehme wieder was mit zum Heilen auch. Ähm Und zwar Einmal eine Doppelgrün-Mischung Und eins jetzt zum Heilen. Und ich nehme mal den einen Das lohnt sich eigentlich überhaupt nicht. Der eine Schuss für die Gewehr, für das Gewehr. Komm, dann packen wir mal wieder das Kampfgewehr weg Und nehmen mal wieder die alte Pumpgun. Auch wenn die natürlich eine sagenhaft schlechte Geschwindigkeit hat mit den Schüssen, aber egal. Wenn da schon mal ein paar Schüsse noch drin sind, dann Verbraten wir die auch noch. Los geht's. Gut, auf zum Zellenbereich. Und das dürfte eigentlich so ziemlich der letzte Raum sein, den wir noch nicht gesehen haben, ne? Abgesehen natürlich vom Gang zum Heliport und dem Heliport selbst. Aber ansonsten müssten wir soweit jetzt alles erkundet haben. Schauen wir mal kurz. Sieht gut aus. Ja, also der Aufzug da hinten, der wird uns wahrscheinlicherweise zum Heliport führen. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Mal schauen. So, wir gehen aber erst mal kurz hier hin. Und schauen in den Zellen nach. So, hier sind alle Hebel grün. Und wir legen sie mal kurz um. So. Da sind wir noch mal gespannt. Mit wem haben wir die Ehre? Oh, hier geht's noch mal weiter nach unten. Oh. Okay, ich dachte, wir wären schon jetzt endgültig da. Aber offenbar doch noch nicht. Aber ich glaube, zumindest können wir mal reinschauen hier. Wenn auch die Tür noch zu ist. Genau. Wow. Die Zelle hat nämlich ein Sichtfenster. Chris. Jill? Chris! Du bist alive! Natürlich bin ich alive. Jill, es ist etwas großartig, und ich glaube, wir sind nicht Teil der Äquation. Ich muss dich rausziehen. Es wird nicht öffnen. Warte, ich werde wieder zurück, dich rausziehen. Okay, wir haben also Chris gefunden. Er ist hier unten. Das ganze Spiel über war ja in dieser verdammten Zelle versteckt. Und, ja, es gibt noch ein paar Sachen, die offen sind. Einerseits, äh, haben wir Barry und Wesker schon eine Weile nicht mehr gesehen. Barry hat Jill ja einfach mal wieder stehen lassen, beziehungsweise Jill hat Barry stehen lassen, so rum ist richtig. Ähm, weil sie dumm ist, muss ich mal so sagen, wie es ist, anstatt einfach mal mit ihm zu reden. Achso, das ist die Zelle oben. Ich habe mich gerade gewundert, was das für eine rote Tür ist. Ja, weil sie sich, weil sie einfach keinen Bock hatte, mit ihm zu reden, über das, was passiert ist. Ich weiß auch nicht. So, Wesker wissen wir auch nicht. Da haben wir ein einziges Mal gesehen, beziehungsweise seine Hose haben wir auch noch mal gesehen, kurzzeitig. Das war es aber auch. So, und ansonsten, warum ist Chris in dieser Zelle? Wer hat ihn dort eingesperrt? Und dann haben wir noch den Aufzug. Und natürlich den Selbstzerstörungsmechanismus. So, gucken wir mal kurz hinten beim Aufzug. Können wir den jetzt aktivieren? Immer noch nichts. Keine Stromzufuhr. Hm. Das ist natürlich doof. Aber wir haben schon gesehen, wir können ja direkt beim Selbstzerstörungsmechanismus da die Stromzufuhr aktivieren. Ich habe das deshalb noch nicht gemacht, weil ich mir nicht sicher war, ob man damit nicht vielleicht auch direkt die Selbstzerstörung aktiviert. Deswegen wollte ich erst mal bei Chris vorbeischauen. Na gut. Dann bleibt uns wohl nicht viel anderes übrig. Wir müssen es wohl mal machen. Das ist die falsche Ecke. Ich frag mich auch, wer auf die Idee gekommen ist, diese Dinger so weit zu verteilen. Diese seltsamen Bediengeräte, für die es ketten. Naja, was soll's. Also wieder rein. Eigentlich dürften ja keine Viecher mehr kommen. Wir haben ja eigentlich schon alles soweit platt gemacht hier. Das ist schon mal ganz schön, muss ich sagen. Stromzufuhr starten. Ach, wir haben jetzt hier den... Warte mal. Muss ich mal kurz schauen. Was haben wir denn? Hier ist jetzt die Selbstzerstörung. Ach nee, das ist bloß diese Einwuchtung. Okay. Gut. Ich nehme mal an, das hätte jetzt nicht funktioniert, wenn wir den Treibstoff noch nicht reingebracht hätten. Von daher, auf zum Aufzug. Und dort wird's wohl dann in das eine Labor gehen, das wir noch nicht gesehen haben, nehme ich an. Denn viel mehr fehlt nicht mehr. Und vor diesem einen Labor habe ich ein bisschen Sorge. Und bevor ich dort hingehe, werde ich auf jeden Fall nochmal speichern. Ja, die Speicherungen sind jetzt ein bisschen öfter als vorher. Ja, nehme ich zu. Aber gut. Man will ja auf Nummer sicher gehen, ne? Ich glaube, dann scheiße ich jetzt auch auf die Pumpgun-Liste. Dann nehme ich jetzt wirklich die Bazooka und auch den Colt mit. Ditte reicht mir dann. So, den Colt haben wir ja bisher noch gar nicht ausprobiert. Es wird aber langsam mal Zeit, dass er auch in Erscheinung treten könnte. Magnum, nicht Gold. Was sag ich denn? Ach komm, was soll's. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch so viel an Zeug aufsammeln werden. Und wenn doch, muss halt abmunitioniert werden. Okay. Auf zum Aufzug. Halt, ich habe nicht gespeichert. Doch noch nicht zum Aufzug. Tut mir leid. Aber an der Stelle will ich wirklich sicherlich einfach mal speichern. Das ist vielleicht besser. Nicht, dass gewisse Sachen dann schief gehen und Jill dann tot am Boden liegt und ich das alles nochmal spielen muss. Das muss ja nicht unbedingt sein. So, Schreibmaschinchen. Einmal gespeichert. Gut, wir überschreiben die Treppe. Das war noch bevor wir Lisa bekämpft haben, was schon ewig her ist. Gut, dann schmeißen wir noch kurz hier die Dingens wieder rein. Wir rüsten die Bazooka aus und los geht's. Ist auch so lustig, die kleine Jill mit der riesen Bazooka in der Hand, ne? Wo will das Ding mal mit der kleinen Jill hin? Okay, na, natürlich geht es noch nicht. Wir müssen ja erst mal den Schalter drücken. So, das Bedienfeld für den Aufzug und diesmal funktioniert es. Unter großem Getöse. Der Aufzug funktioniert. Jill. Barry. Ihr könntet zumindest auf jeden Fall warten. Oh. Du musst mich verarschen. Aber immerhin, er ist dabei. Das ist schön. Barry ist schon mal wieder an unserer Seite. Das ist sehr gut. So, haben wir dich jetzt als Begleiter mit uns mit? Oder wie sieht das aus? Also, ich muss ja sagen, Barry ist ein ziemlicher Troll, ne? Er sagt, wir hätten ruhig auf ihn warten können, aber bleibt die ganze Zeit eigentlich bloß drüben stehen, der Horst. Oh, nein. Die Gewehrmonie. Na toll. Ich lasse sie mal hier und nehme sie auf den Rückweg mit. So, wir schauen mal auf die Karte. Okay. Ja, ja. Oh ja. Das sind die letzten Räume. Das ist das letzte Labor. Wesker. Wesker! Danke, Barry. Well, was weiß ich? Oh, don't blame Barry for everything. I hear that his better half and two lovely daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. Wesker, you're pathetic. Bist du nicht so viel zu beschäftigt, dear. Du bist frei von all das, ohnehin. Warum Eliminate Stars? Believe es oder nicht, das ist Umbrella's Intention. Du bist nur ein Slave von Umbrella. Gute Frau, aber ich glaube, dass du mich nicht verstehst. Die Dinge du erwähnt hast, sind nichts. Ich werde sie alle, mit diesem ganzen Laborator. Barry. Barry, go up on the ground and wait there. Barry... You gotta love Barry. He must really be afraid of Umbrella. You and Umbrella took his family, you bastard. Umbrella? Well, I used some carrots and sticks to cow him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used Barry for my personal interests. Though both you and Barry seemed to think I was following Umbrella's orders. What? What are you planning? I guess it's time for show and tell. The Tyrant. The Tyrannes. Oh, das ist neu. Uh-oh. Oh, fuck. Jill and Barry, together. In hell. You want a piece of me? What? Premature. No, Barry! Oh, shit. Jetzt geht's also los. Wir sollten schnellstens die Beine in die Hand nehmen. Und jetzt will ich den Plan verfolgen, den ich vorher hatte. Wir müssen bloß erstmal auschecken, wo komme ich hier lang? Hier geht's durch. Okay. Oh, der ist aber schnell. Warte mal. Ich brauche mal irgendwas, wo ich ihn auch sehen kann. Na, geh doch mal zurück. Oh Gott, ist der schnell. Und Gott, ist der riesig. War der schon immer so groß? Oh, lauf doch. Lauf doch, Bitch. Shit. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Na, wo ist er? Oh ne, das klappt nicht. Der ist zu schnell. Ich habe das anders in Erinnerung. Ganz ehrlich, das war im Originalspiel weitaus angenehmer. Und Gott, kann der zuhauen. Dieser kleine Bastard. Oh. Ja, ja, ja. Schlag ruhig. Schlag ruhig. Ne, nicht gut. Nicht gut. Oh Mann, was tue ich hier? Oh Gott. Das ist mehr als knapp jedes Mal hier. Lauf. Ach, nee. Nee, 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 nee. Nee daneben. So geht's nicht. Oh. Gut. Wir haben das erste Magazin verballert. Ich weiß jetzt ein bisschen lahm. Ach wisst ihr? Eigentlich, ich habe so viel Money. Oder? Ja komm, was soll's. Wir gönnen uns den Spaß. Na. Jetzt. Kommen die großen Geschütze. Oh shit. Diese Kamerawechsel machen einen auch wahnsinnig hier. Na. Das ging schnell. Der Tyrant ist am Boden und ich muss sagen, die Szene ist ein bisschen anders im Original. Da ist Barry glaube ich nicht mit dabei hier im Labor. Ich glaube, da sind's nur Jill und Wesker. Aber, wir haben gesehen, Barry hat uns zwar genauso verraten wie Wesker und beide haben quasi für Umbrella gearbeitet, aber Barry eigentlich nur, weil Wesker ihn erpresst hat. Und er hat eigentlich nur seine Familie beschützen wollen, die in extremer Gefahr war. Was ich vollkommen verstehen kann. Und letztendlich hat er sich dann doch eines Besseren besonnen, als er gehört hat, dass seine Familie nicht wirklich in Gefahr war. Und hat uns geholfen. Barry! 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 Ah! 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 Jill! Sorry! Das war mir egal. Wesker! Er ist weg. Erst einmal raus. Er ist weg. Er ist weg. Wesker schafft es hier raus? Das ist auch neu. Normalerweise ist es an dieser Stelle insofern etwas anders, dass Wesker hier nicht mehr lebendig rauskommt. Eigentlich wird er von der Kralle des Tyranten durchbohrt hier im Labor. Aber mal schauen, vielleicht kommt das noch. da es eigentlich eine so legendäre szene ist wie er durchbohrt wird von hinten könnte es sein dass sie an anderer stelle noch wiederkommt ein gerät zur erfassung der daten aus experimenten ok wir müssen aber noch irgendwo die zelle aufmachen können geht das hier vielleicht irgendwo können wir hier noch was einstellen oder hat barry zufälligerweise den schlüssel für das gefängnis das ist auch möglich ein bedienfeld zum lösen des elektrischen notfallschloss ist ja das elektrische schloss wurde geöffnet das könnte es gewesen sein das elektrische schloss wurde deaktiviert wunderbar gut dann schauen wir mal ob chris jetzt frei ist und den geranten lassen wir mal hier zurück ich würde ja sicherheitshalber noch ein bisschen mehr in ihn reinballern denn dafür dass er die krone des t virus ist hat er gar nicht mal so viel ausgehalten nicht wahr ist schon ein bisschen kurios aber naja oh shit Und jetzt müssen wir aktivieren, dass wir aktivieren, und wir müssen... Wesker muss es sich veröffentlicht haben. Lass uns loslegen. Na dann los. Keine Zeit, die angezeigt wird, das ist schon mal ganz gut. Dann speichere ich, glaube ich, auch nochmal. Also der Kampf gegen den Tyranten hier im Labor, der ist im Original, glaube ich, noch ein bisschen gechillter, weil da die... da ist einfach mehr Raum noch zwischen ihm und uns, weil er auch... Ich glaube, da ist er noch langsamer. So, wir nehmen auf jeden Fall mal hier unten noch so ein rot-grünes mit. Oder wir können auch einfach mal ein Erste-Hilfe-Spray mitnehmen, wie wäre es damit? Und ein rot-grünes. So, dann sind wir ausgestattet. Habe ich jetzt schon? Nein, habe ich nicht. Die Farbbänder mit eingesagt, nämlich. So, speichern wir nochmal. Und natürlich, man kann auch auszusehen Chris hier lassen und sterben lassen, wenn man nicht daran denkt, ihn aus der Zelle zu holen. Genauso kann man natürlich auch Barry sterben lassen, denn wir hatten ja gesehen, er kann sterben im Kampf gegen Lisa. Das ist mir ja erst passiert, was ich nicht wollte. So, aber wir gehen jetzt Chris retten, Barry ist schon durch. Dem dürfte eigentlich nichts mehr passieren, würde ich denken. Im Original ist da einiges ein bisschen anders. Also da hat man Barry in der Szene unten nicht mit dabei. Und ich muss sagen, ich weiß auch nicht ganz, was dort den Ausschlag gibt, ob er überlebt oder nicht. Nicht mit mir, mein Kleiner. So, er ist auch tot, gut. Oh, komm schon. Du bist so langsam dabei, deine Waffe zu ziehen. Das ist echt Wahnsinn. Ah, haben wir schon wieder den ersten Schaden kassiert. Super. Schnell Chris rausgeholt. Gut, dass hier noch keine Zeit angezeigt wird. Das wäre gemein. So, vielleicht können wir da oben noch das eine einzelne Grüne Kraut mitnehmen. Das da noch rumliegt und können uns das schnell reinwerfen auf dem Weg zum Helipod. Das wäre ganz gut, glaube ich. Das Selbstdestructsystem hat mich aktiviert. Oder man geht einfach in den Kellerbereich. Und ich glaube, wenn man wartet, bis er das Seil bringt, dann überlebt er. Ich bin mir aber nicht sicher dabei. Hier ist es jedenfalls ein bisschen anders. Hier ist es klar, wann er stirbt und wann er überlebt.